hallo freunde cool dass ihr wieder eingestellt habt zu einem neuen unboxing das letzte ist noch gar nicht so lange her aber wir haben ja schon wieder neue hitze am start quasi ich zeige euch erstmal den karton sieht jetzt erstmal sehr nichtssagend aus aber irgendwie finde ich das design schon irgendwie richtig richtig geil also gerade auch mit der farbe das wirkt irgendwie so ein bisschen vintage wir haben hier ein sean roverspoon logo ein atmos logo und ein essex logo und hier können wir das theoretisch ausschneiden ich weiß nicht wofür aber wird sich vielleicht noch in zukunft zeigen aber what in the box fragt ihr euch jetzt berechtigterweise wir klappen das mal auf erstmal so ein schöner text zum gelight 3 geburtstag und jetzt will ich euch auch nicht weiter auf die folter spannen ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken es handelt sich um den essex gelight 3 gemeinsam mit atmos und sean roverspoon lasst ihn erstmal kurz auf euch wirken dieser schuh kam im juli schon in japan via atmos raus als exclusive und hat sich dann in den nächsten monaten dann auch nach europa verbreitet den habe ich jetzt bei sneakers and stuff tatsächlich gewonnen am 20 8 da war auch so ein bisschen das europaweite release es sollte wohl auch am 14 irgendwie so ein bisschen was kommen aber habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so mitbekommen preislich liegt dieses schmuckstück bei 180 euro schon eine stange geld gerade wenn man denkt dass die normalen og gelight 3s bei 120 liegen aber wir haben hier natürlich auch viele besonderheiten die ich euch jetzt noch mal ans herz legen möchte erstmal was natürlich auffällt zwei verschiedene paar schuhe also ist der gleiche schuhe aber verschiedene farben einmal in seinem lila ton mit so ein bisschen grün und einmal ein bisschen positiver ein bisschen heller in orange hellblau und schönem türkis was hat es damit auf sich ihr habt es schon in der american dream sean roverspoon folge gehört folge 44 ist das im podcast gerne nochmal nachhören sonst das ist die la seite quasi die repräsentiert sean roverspoon das ist die tokyo seite die repräsentiert atmos ich finde tatsächlich die farbgebung man merkt dass es sich hierbei um la und um tokyo handelt weil tokyo immer so ein bisschen düsterer ist la hingegen halt so schön positiv alles cool und ich finde dieser kontrast ist sehr geil hergestellt ich war am anfang ein bisschen skeptisch bei dem schuh also ich war mir nicht zu 100 prozent sicher aber jetzt wo ich in einer hand habe finde ich ihn einfach mega also wir haben all over court tatsächlich an dem schuh und hier die tiger stripes von ethics lassen sich entfernen und da sind dann auch noch mal jeweils andere farben einmal schwarz blau und grün mit bei wobei ich finde dass das hier irgendwie schon so endstufe ist was design angeht also mit diesen gelben patches zweites paar schnürsenkel in rosa ist mit dabei weiß ich jetzt nicht ob die so geil kommen habe ich noch nicht ausprobiert bei dem haben wir halt die roten stripes die du ab machen kannst und außerdem noch vom sean roverspoon 97 1er kennen wir den so kleine patches die du hier auch noch mit dran backen könntest einmal atmos und einmal das sean roverspoon logo alles in allem auf jeden fall eine richtig runde sache sean roverspoon kennen wir vom 97 1er nike release das natürlich ein bisschen höhere wellen geschlagen hat allerdings finde ich dass hier ist eine solide fortsetzung ist es ja eigentlich nicht aber ein solides produkt mega geil ich bin völlig hin und weg wie gesagt am anfang war ich skeptisch ob ich den behalten soll oder nicht aber ich werde den jetzt auf jeden fall behalten problem ist klassisch beim gelight 3 die gespaltene zunge das sieht bei breiten füßen immer ein bisschen schwierig aus gerade wenn du das dann hier nicht so genau schließen kannst und die socke dann so ein bisschen raus guckt ich hatte den jetzt aber einmal an und habe es gecheckt und wenn ich den eng genug schnür dann haut das hin resale technisch bewegen wir uns so um den 400 euro bereich stock x wenn ihr den kaufen wollt müsst ihr meiner meinung nach irgendwie 550 hin blättern aber ich denke so kauf und verkauf 400 ist momentan so der kurs bin aber überzeugt dass der definitiv noch steigen wird also ich habe jetzt nicht so viele an den füßen gesehen gutes release passend zum jubiläum des gelight ja stock x ebay kleinanzeigen checken wer bock drauf hat ansonsten bedanke ich mich sehr fürs zuschauen stay tuned und checkt jeden dienstag die neue folge auf apple podcast spotify dieser audible amazon music facebook und radio de vielen dank macht's gut